Willkommen am Grazer Stadtbalkon an der Mur. Wir haben ihn heute eröffnet und ab heute ist er für jeden und jede immer zugänglich zum Verweilen, zum Dableiben, zum in die Sonne schauen, liegen, picknicken, was auch immer. Schön begrünt wird es für die Zukunft werden und es gibt auch ein Kunstwerk von The Cake Escape, jungen Frauen, also insgesamt eine coole schöne Sache. Ich freue mich sehr über die Öffnung des heutigen Stadtbalkons. Hier kann man in Zukunft aus Grazer und Grazerinnen, aber auch aus Gast dieser Stadt das Plätschern der Mur mitten in der Innenstadt genießen und die Zeit ein bisschen verstreicht lassen. Wir sind die Bandmanagerinnen von The Cake Escape. The Cake Escape ist eine Band aus fünf animierten Charakteren und sie stehen für Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und wir freuen uns sehr, hier am Stadtbalkon erneut ein Zeichen für mehr Vielfalt in Graz setzen zu können. Das Bild ist inspiriert von den Drachenbootrennern, die hier auf der Ruhr auch schon stattgefunden haben. Mit dem bunten Wandbild möchten wir ein kreatives und vielfältiges Zeichen setzen und euch zum Verweilen einladen.